Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ist Tag 3 des CSGO Adventskalenders 2017 und heute gibt es auch wieder drei Skins die rausgehen an euch. Heute mal ohne Facecam, weil ich bin noch etwas gewastet von gestern und ich möchte euch den Anblick ersparen. Zu gewinnen gibt es heute, ich mach mal so, der erste Preis ist eine abgesägte Schrottflinte der Kraken, dann zweiter Preis werden die USPS Cayman und den dritten Preis dann gleich die Pipi Bison Judgment of Anubis. So ich werde jetzt wieder die drei Gewinner ziehen von den Kommentaren von dem Teilnehmer Video. Die Gewinner von gestern setzen heute aus und die was am 1. Dezember gewonnen haben, die sind heute auch wieder mit dabei. Und dann würde ich auch gleich mal sagen, lass uns da den ersten Gewinner ziehen. Olli war fröhlich. Wenn man jetzt gucken, jeder war gestern nicht dabei. Du bekommst die, wenn ich mir das nur merken würde, die abgesägte Schrottflinte der Kraken, weil Glückwunsch an dich. Der zweite Preis geht an den Joule. Ähm, sorry, du warst gestern schon dabei. Du setzt heute somit aus. Zwiesel for the win. Frohe Weihnachten an alle da draußen. Ja, Weihnachten ist auch bald. Glückwunsch an dich. Du bekommst die USPS Cayman. Und dann fehlt nur noch die Pipi Bison. Die geht an den Ninemates. Sorry, du warst auch gestern schon dabei. Reroll Block Boxer. Du warst gestern nicht dabei. Ich bekomme nichts von Jona. Freue mich aber trotzdem, wenn mein Kommentar gewinnt. Mit insgesamt 307 Kommentaren ist das eigentlich relativ gut. Also, Glückwunsch mal an euch drei. Für die Leute, die jetzt gerade das erste Mal einschalten und sich fragen, was ist das hier, wie kann ich hier teilnehmen und wie das einfach abläuft. Erster Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr zu dem Teilnehmer Video. Dort könnt ihr bei diesem Adventskalender teilnehmen und wenn ihr euch das Video halt auch anschaut, dann erklärt, also in dem Video erkläre ich ja dann auch, wie ihr teilnehmen könnt, was gibt es zu gewinnen und noch ein paar nebensächliche Sachen. Und dann war es das dann auch schon mit dem heutigen Video. Grüße gehen raus an den Philipp. Über einen Daumen nach oben würde ich mich dann auch noch freuen. Und dann sage ich euch schon tschau und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.